Hallo und Herzlich Willkommen zum Netz, also GDR ähm, kleine Info-Info ich fang nicht von Anfang an ich mach einfach so ein Ding von dem Stand, wo ich jetzt bin bis zum Fehlern und es kommt mehr Fun vor, also mehr Spaß also bloß rumfahren abknallen, Bullen abhängen und so und so und so als Mission nur so eine kleine Info-Info nicht, dass ich dann Beschwerden ja, das wollte ich bloß noch vorneweg gesagt haben ähm, ja, wenn wir dann noch viel Spaß jetzt anfangen zu schätzen zu viel reden, als vielleicht ein bisschen später, aber ja laden, ich bin grad bei 3FY die GDR spielen und zugucken wissen sicherlich was das ist von ja, die Waffen hatte ich auch schon ähm die 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 ähnliche nirgendwo ich habe ich noch kommen mit mir noch ein nirgendwo ab die Stimme heute ist auch viel Geld die Klinik war halt nur noch ab und fliegen und bei den und viel auch mindestens ein Nieder er wird gut und drei guten Kortenzauern ich bin hier aber macht auch Plattenschienen nicht aber auch nicht mein Kortenzauern vorhanden seit dem Erspiel 5 ein Punkt schon mit den Platten geschürt die Tor jetzt immer alle die Platte Mauer Ebenen Fischentrat hier kommt kommt er hat auch wir werden und ein Schauspieler viel gehabt und um aber ich verkehrt noch nicht bei uns schweigen 4 abgabend abgabend die Schöpfung ich halte das Bild Muselbrot kurze Einstellung und mit mit die Portion Uhr um nachvollziehbar nachvollziehbar Dornmatt und Focker und die Schildklinie auch kurz in die Seite schon die Nummer und fünf Stunden Zeit bis taglich Ich weiß, wie ich darauf nicht wundervolte. Aber wie soll ich verstecken? Wenn du über die Dicke kommt, wie soll ich gewesen sein? Junge, muss drei Kisten haben. Na los, Scheiß. Ich meine, das ist gegen Hürden. Ich meine, das ist eine große Herausforderung. Dann kam es wieder in die Kiste. Ich werde mir nicht mehr mit deiner Tagand und ich Benimle errichte mich. Dann habe ich den Kisten und ich werde mit einem Kisten laden und dann habe ich das gesehen. Ich werde den Kisten von姿 und ich werde den Kisten beobachten. Vielen Dank. 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 Bye.